Leben bedeutet so viel Freude zu spenden, wie es mir möglich ist. Leben bedeutet auch Riesendankbarkeit, Riesenglaube an den, der uns alle geschaffen hat. Ich unterstütze ein Herz für Kinder, weil ich eigentlich die Leute, die es nicht tun, nicht verstehe. Ihr lieben, lieben Kinder, freut euch, dass es ein Herz für Kinder gibt. Ich hätte mir sehr gewünscht, es hätte es damals auch gegeben. Wie ich klein war, evakuiert aus Berlin, ein bisschen klauen musste, wenn es Sommer war, wenn es Kartoffeln gab, sonst hätte man nichts gehabt. La Vita, das Leben, bedeutet das Vögelchen auf dem Hut, die Frau mit den wunderschönen Augen, das Mezzo Hasen, Känguru auf dem Schoß. Die Gans, die unten liegt, die Katze um den Hals rum. Es ist eine Symbiose der Tiere, Menschen und unten der Pflanzen, also zwischen Flora und Fauna. Eine gute Ernährung ist für Kinder sehr, sehr wichtig. Ich glaube ganz bestimmt, wenn ich mich früher nicht so gesund ernährt hätte, der wäre ich mit heute, also fast 79 Jahre alt, nicht mehr so potent und stark und auch im Hirn noch ganz in Ordnung. Es gibt kleine Ausnahmen. Also, denkt an mich, esst schön und gut. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020